Und weiter geht's bei Kingdom Hearts Blood for Sleep. Ja, direkt weiter. Und wir gehen dann mal zum Alt. Wir haben hier noch... Nein. Wir haben... Nein. Ja. Wir haben hier noch ein... Haben wir nicht. Wir sind alle nicht auf Max-Level. Das ist okay. Das ist gut. Äh, Items, gute Frage. Haben wir jetzt einen neuen... Nein. Haben wir nicht. Wir sind... Wir hauen ab. Zum Fest... Klar. Ich brauche mich da nicht her. Ich brauche mal die Karte von diesem Scheiß-Gebiet hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es ist das, wo ich ursprünglich nicht herkomme? Nein, ist es nicht. Absolut nicht. Das hier sollte unsere Karte sein. Tada! Wer hätte es gedacht. Dankeschön für die Karte. Also hier ist ein neuer Weg zu... Rennbahn. Da würde ich eigentlich gerade gar nicht hin. Da geht's nicht weiter. Zumindest jetzt nicht. Oder auch gar nicht. Weiß ich nicht. Konfetti erhalten. Okay. Danke fürs Konfetti. Wir haben hier einen Speicherpunkt, den ich jetzt noch nicht benutze. Wir haben hier... Untersuchung. Klick direkt im Takt. Nach unten klettern später. Ähm... Wir sparen und ihr werdet Geld zu schaffen für einen Abenteuerreise. Okay. Danke für die Zutaten. Eiscreme-Laden. Du kannst den drei Brüdern die oben aufgeführten Zutaten überreichen. Sahne, Küstchen, Mineralzucker und Geburtstagstorte. Ah, wenn ich das mache, dann... Lust auf Spaß in Eistüten. Ja, natürlich. Was? Welches Lied darf sein? Diese Welt ist klein, so klein. Wenn er in Entschuldigkeit gerade anfängt. Was? Lied? Moment. Ich dachte, es geht um Eis. Nicht um Lied. Was für ein Lied? Oh nein. Bitte kann. Das ist kein Quicktime-Event von... Bestimme mit die Richtung, die Eiskugeln verschießt und drücke... Im vor... Zuvor gemerkten Rhythmus... X und die Eiskugeln abzufeuern. Achte auf den grünen Kreis, auch richtig in die Mitte, drücke X. Moment, bitte was? Bitte nochmal zurück. Beim ersten Mal verkacke ich das vollkommen. Auf jeden Fall. Scheint drücken... Drücke mehrmals extra eine Combo. Voll... Ich verkacke jetzt vollkommen. Drei... Vier... Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Okay. Ah! Okay. Jetzt verstehe ich es leider. Ne, dritte mal wieder schlecht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich habe jetzt zwei Meter und 19. Ich habe am Endeffekt verstanden, was davon ich wollte. Schlecht. Dankeschön. Danke. 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 Danke für die... Danke. Danke, dass ihr mir so unheimlich nett sagt. Jetzt weiß ich auch, was ich meine hier. Also hier jetzt. Eins, zwei, drei. Er dreimal. Eins, zwei, drei. Vier. Vier? Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja, hier ist einfach nur im Burst Mode. Okay. jetzt habe ich 123 12345 scheiße 12345 12345 okay das war es war nicht schlecht toll meister modus für die welt ist klein so klein freigeschaltet aha also hier ich meine das war ja auch schon meisterhaft also ich meine hallo das ist gar nicht so leicht wie man vielleicht denkt also man muss sich halt sowohl konzentrieren wo die verschiedenen dinger klar also wo die wo tick und drück 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 also wer von denen jetzt klatscht andererseits muss man halt dann noch mit den pfeiltasten die figur bestimmen bei der man jetzt klatschen will und dann natürlich den ring noch beachten und auch den der ring ist auch ein bisschen merkwürdig von wegen wann da jetzt genau machen wir ganz kurz im meister modus vielleicht hätten wir noch was andere auf anfänger machen sollen davon unterdrehen was 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 was ich hab keine ahnung 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kack was ist hab ich aufgepasst er hat überhaupt nicht aufgepasst das ist vorbei ich habe tatsächlich gedacht es wäre vorbei und deswegen war ich total verwirrt ist super schlecht das war super schlecht weil ich gerade ich dachte das wäre vorbei ja schlecht das gebe ich zu das war gerade richtig grausam ich habe total gedacht das wäre vorbei und habe mich vollkommen ich war vollkommen woanders ok und 1, 2, 3, 1, 2, 3 Schlecht für den Arsch kann es mich mal schlecht Ok, besser, aber wahrscheinlich immer noch scheiße Keine Ahnung Wow, ähm, I don't know Bitte lass es gut Nicht toll, aber gut Ich krieg dafür nix Ich krieg wahrscheinlich nur bei toll was, ne Ähm, pfff Ähm Ähm Nope Ich bin dafür nicht gemacht Ich bin dafür absolut nicht gemacht Ähm Keine Ahnung Wir machen mal das andere Lied noch auf Anfänger Das sollte noch in Ordnung sein Aber mit Meister, ich bin da Nein Zurück Vorderschub voraus Anfänger So Okay 1, 2, 3 Oh Gott Ich, ich musste das es echt erst machen wenn 1, 3 2, 3 1, 3 1, 3 1, 3 6 8 7 das hat keiner gesehen ich möchte es gar nicht sehen ja jetzt kommt schlecht dankeschön dankeschön ich lieb dich auch das spiel ist tatsächlich nichts für mich das ist absolut nichts für mich wir gehen wir darunter gucken mal was wir da unten unter der disney stattfinden beibekommen vor allen wieder Oh, Frostwurf ist interessant Ich nehme an, durch Frostwurf habe ich jetzt wieder Diamantenstopp bekommen Felsspalter? Wie habe ich jetzt schon wieder den Felsspalter bekommen? Das verstehe ich nicht Da ist er schon wieder Den Felsspalter checke ich nicht Den habe ich Den verstehe ich tatsächlich nicht Okay Also ich habe gerade Ich habe irgendwie noch nicht verstanden wie ich den Felsspalter Was war die falsche Taste? Egal Ja, 5, 4, 3, 2, 1 Boom Sehr geil Okay Also Tatsächlich Moment mal Doch irgendwie hier Blitz erhalten Ja, das ist mir gerade egal Fertigkeiten Auto-Fertigkeit Ein Eisklinger hat die maximale Stufe erreicht Die Fertigkeit Luft-Kombo Plus Ich nehme an, wir haben hier Da haben wir das erste, okay Mit was kann ich das denn zusammenpacken? Mit Vitra Stufe 2 Warum das denn? Was wird denn da raus? Glücksklinge Da habe ich mir gar kein Komplett gar kein Vitra mehr Das finde ich gar nicht mal so geil Ähm Deckverwaltung Die Eisklinge kann weg Ja, das ist richtig Wir hätten hier noch Eis, Eis, Blitz Medica Magnera Machen wir so viele Magie-Attacken Okay Ähm Die müssten wir halt alle irgendwie halt auch mal einsetzen Also ich versuche ja weitmöglichst alle möglichen Sachen einzusetzen Damit das hier Würde ich hier meine Sachen leveln Darum ist ein Sticker Aber ich weiß nicht, ob es mir so einfach macht, zu ihm zu gelangen Das Gefühl, ich muss erst am Rennen teilnehmen, bevor ich hierher komme Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe so dieses Gefühl Mal irgendwie komme ich hier nicht weiter Hm Gehen wir wieder hoch Gut, dann gehen wir zum Rennplatz, nehme ich an Das hier ist nicht der Rennplatz, nein Der Früchteballplatz Ähm Früchteball haben wir zum Glück abgeschlossen Das hier werde ich Also diese Musizier Diese Musizieraktion Ich befürchte, die werde ich nicht anständig abschließen können Ähm, keine Ahnung I don't know Gehen wir erst mal runter Gehen wir erst mal runter natürlich hier ich weiß tatsächlich wo ich bin runtergesprungen quasi ja wunderbar also die attacken die wir gerade haben die laufen eigentlich großen tanz wollen wir da reinkommen da hinten geht es jetzt zur rennbahn weiter in dem sinne wir haben aber tatsächlich woche ich jetzt getroffen nicht so stark wie ich wollte den letzten gegner hallo noch mal ok das war absolut nicht beabsichtigt schade Hä? Was ist das? Wo ist die Sand? Hä? 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 Jedes Mal neu! Was soll denn der Scheiß? Siehst du mich verarschen? Was verhalte ich da gleich an einer Stelle? Dankeschön! Luftgräschestufe 2 Gucken wir mal Hm, naja, ne? Ich möchte gerne... Oh, Ars Fatales, sehr schön Ich möchte gerne meine dunkle Dingensburgenskirchens gerne auf Max haben Also auf Stufe 3 oder, weiß ich nicht Stufe 4 Da habe ich gerade irgendwas tatsächlich auf Stufe 3 bekommen glaube ich Aber nichts was... Konterstoß! Oh Da habe ich dich lange gemacht Allein ist zu großen Schaden bloß der Schleuderdrücke Klingt doch Ok Ok Ähm Ja Oder sind hier die Abschlussangriffe drin? Konfetti Konfetti Das Kommando nicht wegwerfen Dankeschön Keine Ahnung Ähm, ja, was ich aber gerade ist tatsächlich, ich kann ja Konfetti hier und tatsächlich Kann ich nicht Ok, warum kann ich das nicht? Ich wollte eigentlich gerade Konfetti mal einfach benutzen Kann ich das hier mit auswählen? Kann ich das hier mit auswählen? Tatsächlich Dann tun wir mal ganz kurz Oh, oh, oh Das ist fertig Dann packen wir da Konfetti rein Kommandofusion Wie geht es denn hier meinem... Kann ich nicht machen, ok Ähm Da möchte ich mal ganz kurz Wow Ok Das ist äh Ja Jo Jo Kann man machen Muss man jetzt nicht unbedingt Aber ok Ähm Gehen wir doch eben hier rein Hier sind wir ja eben eigentlich unverhofft rausgegangen Könnte man sagen Ursprünglich wollte ich da ja gar nicht rausgehen Achso, hier geht... hier startet nur das Rennen dann, oder was? Äh, ich hab grad keine Lust auf euch, muss ich gestehen Ok, dann ähm Machen wir tatsächlich noch einen kurzen Cut Und äh, dann werden wir am nächsten Mal das Rennen machen Ja, bin ich dafür Hier Wunderbar Ok, dann machen wir hier einen kurzen Cut Und sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, bis zum nächsten Videos Euer Hedi Tschüss J